Und damit willkommen zurück zu Electronic Superjoy. Wir waren das letzte Mal bei Welt 3 stehen geblieben. Und da machen wir jetzt auch weiter. Oh Gott, ich hab vergessen, wie man das Spiel spielt. Jetzt weiß ich's wieder. Oh. Okay. Ja, die Dinger waren blöd. Die Dinger... Ich mag die Dinger nicht. Dass ich unter Zeitdruck stehe, hilft gar nicht. Ah. Ich hatte's fast. Aber wenigstens ist auch kein Rumgestell. Das kommt erst, wenn man an einem Chatpoint respawnt, ne? Ah. Hör doch auf. Was? Was? Das hab ich jetzt nicht verstanden. Oh, ja. Oh, ja. So. Was? Ach so. Warte. Verstehe. Warte, sind das die, die zu Raketen werden? Oder verschwinden die nur? Okay, die verschwinden nur. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Ah. Oh, ja. sofort verschwinden hilft, auch echt nicht. Verdammt! Wieso trifft es mich da? Das ist doch gar nicht so... Erzähl nicht! Das ist nicht so groß. Das Ding ist nicht so groß. Warum tötest es mich da? Ich verstehe, was ich tun muss, aber das wird... Oh Gott, nein. Oh, bitte nicht! Das wird erzählt sich, dass ich auf dem einen landen muss und dann auf dem anderen landen muss, wenn ich so einen Stampfer mache. Warte, wenn ich... Okay. Man aktiviert aber auch das zweite Ding viel zu leicht. Oh, ja! Nein! Ich hatte es doch schon so weit. Man muss ja auch echt mit Anlaufen hingehen, ne? Wie bitte? Okay. Ah, und da ist ein Portal. Komm, ich hab das doch gerade hinbekommen. Komm! Komm! Oh Gott. Was? Oh, stimmt. Ich erinnere mich. Oh. Oh. Ja klar. Also während der Drehung noch am besten. Oh. 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 Oh Gott, bei meinem räumlichen Vorstellungsvermögen wird das richtig scheiße. Oh. 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 lord. Oh. Das war ja noch mal wieder. Oh. 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 Ah Also Groove City soll ja einfacher sein, ich bin mal gespannt Das beschreibt, glaube ich, gerade meine Gefühle, so Jetzt Alter Ah Wenn es nicht immer so gefühlte 10 Minuten dauern würde, bis man respawnt Okay, ich kann hier stehen, das ist gut Warte, was? Oh Gott Ja, ihm ist schon schwindelig Warte, was? Nein Oh, jetzt fange ich schon wieder hier an Ich hoffe, das Ding liegt jetzt nicht ewig So Mann No save points Ich komme hier nicht raus Worauf habe ich mich bei diesem Spiel eigentlich eingelassen? Okay Ich will nicht perfekt sein. Ich bin doch schon die ultimative Idee, was willst du denn noch? Ist halt auch hart so.